dort mit nun war 1 der wende der vater mal gesehen dass der dann weißt du was er heißt komplette eierkopf Ich lach doch aber nicht. Nein, das ist nicht so witzig. Was ist ein Ei so witzig? Was ist ein Ei so witzig? Das soll ein normales Verkochen sein. Was meinst du? Was an Ei so witzig ist. Mein Humor ist noch gerade. Deiner ist schief. Ei. Er? Du musst dich doch selber zusammenreißen. Ich lach nicht mal. Es ist nicht witzig. Ei. Ei. Geil. Ei. Ei. Hör auf nicht zu stummeln. Ei. 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 Mann. Hör mal auf. Ei. 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 Was muss das jetzt sein? Ei. 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 Eier. Gekochtes Ei. 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 Eu-asчик Des Heis schools los! Eier! Lass das! otti der Raffin ist undeutetlich. Nicht lachen challenge. Lauter. Du Affe! mit was drin ein bisschen mit du bist echt ekelhaft weißt du das